Gey, Gey So wenn sie dann alle soweit sind, dann fahr ich uns mit dem Fahrstuhl nach oben Vielleicht Gut, dass ich ne Jägermod gekauft hab und doch gar kein Jäger bin ich, Idiot Hat keiner gesehen Soldat wär das Richtige gewesen Sirene Ich bin der Jäger Jetzt hab ich's wieder verkauft Ja, wenn's sonst nix ist So Und du? Benzintank zerstören Oh mein Gott Das können wir so gut Ich bin soeben durch den Boden von dem Auftrag gepackt Gratuliere Aber hier unten sind Kisten, ich guck mal rein Okay Geld Tschüss Amiga Link Verdammt Tschüss verwunscht Schnauze Mammut Okay Ey, wo ist mein Auto hin? Warte mal kurz Ey Mann, wo ist mein Auto? Könntet ihr mir den Aufzug mal wieder runter schicken? Das wäre nett Ja, ich komme Fahr Fahr Fahr, wer ist das? Er fährt tatsächlich Pünktlich Das war klar Das war so klar Der Aufzug kommt Der Aufzug kommt Ist das wie die Bahn? Nur pünktlich? Ich glaube ich mach das hier wie die Bahn Nur im Kreis Aber pünktlich Hey, danke Hallo So So Ich hoffe ich fall jetzt nicht wieder durch das Gitter Bin ich so dünn, dass ich durch diese Gitter fallen kann? Mh, also aufgrund deiner Kaffermasse Äh nein So So Dann stellt euch mal vor mich Haben wir kein zweites Auto? Oh nein Mh, nein Japp, was? Das funktioniert Das ist super Wo muss ich überhaupt hin? Ach guck mal, das ist gar nicht so weit Das ist jetzt gleich rechts in der Ecke Ich... Ich hab... Okay, wieder verloren Ihr seid, ihr seid da Hier Da könnt ihr euch dann ein Auto holen Ihr holt euch hier ein Auto Ich will euch nicht schieben Obwohl ich kann ja immer so schön in den Ausschnitt gucken, wenn du uns schiebst Warum geht das nicht hier? Komm Immer diese Notfallen hier Schlimm Ist das denn wahr? Da ist es doch Oh nein, ich will fahren Ich will fahren Ich will Spaß Ich will Spaß Moment mal Dann steig doch ein Ja Oh, ich bin schon dran vorbei Wo sind sie denn? Ähm... Ja Ach ja Es gibt nicht irgendwas mit dem Kasten hier Schau mir das mal an Mhm Benzintanks in Luftjagen ist sowieso dein Metier Hm? Hört sich voll nach Mammut an Stell fest, es ist ein Kasten Hm Kontakt? Fragezeichen? Nein, noch nicht Du musst da irgendwie reinspringen Ja, das befürchte ich Vielleicht hier rüber Auf die Steine und dann rüber springen Was sind das für Geräusche hier? Das habe ich mich auch gerade gefragt Irgend so kleine Viecher Ich mich auch Ich sehe aber keine kleinen Viecher Oh nein, ich weiß welche kleinen Viecher sind Die sind da alle drin Ach, da drin! Aha Hm Ich habe tot Nee, doch nicht Oh, ich mache ihnen Schaden Wo siehst du irgendwelche Viecher? Warte Warte, ich könnte mich hier vorstellen Okay Kannst du dann da irgendwie Hm Wenn ich auf die Tür tre- Gut, dass du jetzt wegfährst Ja Ich mache auch Schaden Ich krieg so AP Ja, ich auch Ich bin drin, ich bin drin Ja, dann schießen wir mal weiter rein Ich will Komm raus, die Viecher Komm raus Tunk down, Tunk down Ja, sie ist mein Kopf Tritt aufs Gas Ich Lebe Du lebst? Ja Wie konnte das passieren? Ich weiß auch nicht Irgendein Fehler ist aufgetreten Da ist noch so ein kleines Vieh Ja, ich versuch's grad zu Wo ist es denn hin? Ach, da! Jetzt hat tot Jetzt hat tot So, wo seid ihr? Ah, da hinten Ah! Der West da ist Der ist hier oben Der ist hier oben Yay Yay Heißt das bist du auch out of game, ne? Ähh Ja, aber da komm ich sofort glaub ich da rein Sagst du Wir beitreten Wir beitreten Also ich bin im Ladebildschirm Mhm, das muss nichts heißen bei dem Spiel Das ist wohl wahr Yay, Wessas ist wieder da Yay Bin bereit Nur wo? Die Kreaturen von Pandora werden stärker Ähh Falschen Charakter hat er mir jetzt gegeben Oh nein Auch mein Level 1 Charakter ist bestimmt super Level 1, jo Ähh Verwunsch, wo fährst du hin? Ich hab keine Ahnung Ich war im Fall Fahr mal Richtung Mammut Der hat schon wieder Action Warum rammt er uns jetzt? Naja, weil Ich musste Andorfen Ich geh mal zu Fuß Das ist immer ne sichere Variante Ich geh ran da Granate Tank down, tank down Mammut down, Mammut down Ich bin dabei Oh fuck Wo seid ihr denn? Ja, gute Frage Hier wo die Hand leuchtet Ich bin da, ich bin da Wo die vielen Kugeln fliegen Ich bin da Ich sitze in einem brennenden Auto Lady Wow So, eine Quest haben wir noch Und dann können wir erstmal die ganzen Quests mal wieder abgeben Und dann machen wir auch mal eine Aufnahe Pause Hier ist gerade ein Auto jetzt studiert Alter Okay Vestas und ich down Jo Ich lebe aber schon wieder Ich auch gleich Was, du klebst? Was klebst du denn heute? Okay Jo Er schießt noch höher auf uns Wuch, ich wollte die Das Gewehr wollte ich nicht Ich wollte nur das Gewehr Ja Das ist die Ausrede Oh nein 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 Du wisst ihr, wo wir als nächstes hin müssen Nein, wollen wir nicht wissen Haha Okay, dann wollen wir nicht Arena wahrscheinlich nicht Nein, dies Was da vorhin uns angekort hat Ja, schön Und wir haben in der wundervollen Truhe einen Rocket Launcher mit viermal Bio-Damage oder radioaktiven Atom-Damage Das wäre was für den alten Wammut Ich bin schon unterwegs Schon unterwegs Du mit Düsenantrieb hier Halt das Ding fest Halt das fest Halt das fest Halt das fest Lass uns nicht die spawn Ich bin da Wisst ihr, wie schnell ich da sein kann? Mhm So, wo ist es? Wo ist es? Hier Wo ist hier? Ey, der ist kaum hier Der ist das Ding aus der Kiste raus Gibt's her Achso Ich hab's da gelootet Okay Alter, das ist voll scheiße Aber nehm ich Weil radioaktiv Voll scheiße Einfach nur um sie mal zurück zu gehen Äh, Moment, ich hab Sachen weggeschmissen glaub ich nicht aufheben Das ist meins Die wurden glaub ich schon von euch aufgehoben Ich hab nichts getan Also hier lag nix Ich war's nicht Ich hab nichts gesehen Das ist scheiße, weil dann hab ich ja keine Waffe mehr Das ist schlecht Das ist ganz schlecht Ich guck nochmal Aber ich mein ich hab's nicht aufgesammelt Also ich hab auf jeden Fall nix aufgesammelt Was war das? Du kannst ja nicht übers drüber laufen Einfach aufsammeln Musst du schon Mhm Aufsammeln wollen Also Als die Waffen sind Rocket Launcher Rocket Launcher Ein Maschinengewehr Und ein Rocket Launcher Den ich grade im Moment hab Kann dir sonst mal ein altes Snipergewehr Was ich hier noch drin hab geben Dann hast du wenigstens eins Okay, ne Ne, ne Ich hab das Das hab ich noch Ich hab irgendwas anderes glaub ich Weggeschmissen Keine Ahnung Ach, das ist egal Ich hab ja die Hauptwaffe hab ich noch Passt Alles gut Na dann Mal gucken, ob hier irgendwas sonst liegt Ne, ne Ehrlich gesagt Ich glaub Ich weiß noch nicht mehr exakt was es war Vielleicht hab ich's auch noch Ach, warte, warte Keine Art Na gut Okay Ja Also in die alte Höhle da In die Arena Ui Das ist nämlich hinter dem Blech gleich links Achso Achso Ähm Ähm Ich glaub wir gehen zu Fuß Also wir sind da Mhm Ach Mamo Ah, geht doch Mhm Sonst könnt ihr euch auch einzeln Ziel zum Fahrer sitzen Nein, 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 nein Ich hing halt tatsächlich einfach an eine Metallstange fest Hundertprozentig fahren sie dich jetzt über den Haufen Ich schieße auf den Schläger Ich schieße auf den Schläger Ich schieße auf den Schläger Ich steige aus Ich steige aus Das wird super Das wird toll Don't do it 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 Kampfaction Incoming Explosion Schaden Kommt schon Aua Ich hab's denn das Gefühl ich mach überhaupt keinen Schaden auf das Fall Nee Ich mach im Nahkampf 16 Das ist nicht viel Echtes Freakzilla Freakzilla Ach ne Also ich würd machen mit meiner Pistole 46 Boah, was macht das da? Hm Es hat die Tastenlampe verschluckt Es hat die Tastenlampe verschluckt Wenn ich es im Maul treffe, dann mach ich auch damage sonst kaum Ja, ich wär grad am Körper, mach ich auch nur acht Da liegt was Blaues, jemand aufsammeln Wo liegt was Blaues? Da, wo's Blau leuchtet Das ist für den Berserker, also mach's gefällig selbst Okay Ich hab keine Munition mehr, scheiße Also jedes Mal wenn er den Hyperstrahl macht, ist er leicht zu treffen Weil er dann halt das Maul für sehr sehr lange Zeit offen hat Nein Was macht der denn da? Ja, das geht natürlich auch Okay, mein Sniper macht auch ordentlich Bums hier Hm, Shotgun auch Oder auch nicht Ähm Können wir das schaffen? Boah, ist doch schon fast down Ja, fast macht immer nur einen großen Unterschied Keiner von uns ist bis jetzt down gewesen Wow, ich hab Wenn ich ihm aufm Arsch schieße, mach ich 240 Schaden Ja, mach das mal weiterhin du Tut ja auch weh Hat niemand gern Äh Ist ja wohl mal herrlich Würdest du das mögen? Nee, nicht wirklich Bitte Da ist er doch fast down Wow, im Mall, 1300 Da ist er down Da ist er down Loot, 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 loot Aber die Pistole Bei meiner ist so mies Boah, der Rest interessiert mich nicht Ist noch ein Schild Sirene, das ist was für mich Hier ist ein Sirenen-Artefakt Ja, hier ist ein Sirenen-Artefakt Ja, hier ist ein Sirenen-Artefakt, ja Wow 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 Was denn los? Hiervon mal ein Tooltip? Ah, da, danke Ja, nee Nee, gibt's nicht Nö, nö Aber Munition wär cool Liegt hier irgendwo noch weit? Hm, nicht großartig viel Nur Schrott Gut Dann geben wir eben schnell die Quests ab Und dann Feierabend Ja, das war doch aber easy War ganz ehrlich Ja, ich dachte auch, wunder was kommt Erstaunlich einfach Haben ja doch was drauf Wo ist er? Bla, aber den kleinen Käfern verrecken wir Pst Hm Da haben sie doch fast vergessen Mhm Fast macht er mal einen großen Unterschied Ich laufe und laufe Ich laufe Ich laufe Ich bin erster im Auto Nehmt doch die Autos mit dir Die Autos mit dir Ach, wir laufen zukehren Ach, eben, eben Immer nur im Auto vorhanden Wie soll man denn fit bleiben, wenn man nur... Jeder Gang macht schlank Wow Ich hab auf einmal ein Speed gekriegt Ich nicht Ich auch nicht Wir müssen da gar nicht hin Nicht? Egoismus Da läuft man mal dem Mammut nach und schon ist falsch, oder was? Was? Was erwartest du? Wo bist denn du jetzt auf einmal? Ich bin hier Ich geh den richtigen Weg Und du? Ist nach links rüber geschwenkt Ah! Also das Gagzilla Questabgabe ist hier oben Bei dem Typen Doch noch so weit Oh, hätte ich mal ein Auto genommen Geben Soll ich auf euch warten? Mh Nö, gib ab Wo ist Wildjäger? Abgeschlossen Yay! Jetzt müssen wir da lang Hättest du das nicht früher sagen können? Das... Wollte ich auch nicht Oh, hier steht ne Rampe sogar Die wusste ich gar nicht, dass es die gibt Na mal austesten Uiiii Pfff Die normalen Dünen Sanddünen bringen irgendwie mehr Schwung Amiga und ich haben das vorhin auch ausprobiert Ja... Man hat ja nicht so wirklich, äh... Deal, äh... Anlauf Mh So, hier war es glaube ich mit den ganzen Quests abgeben Das ist wieder in dem Typen, der auf dem Klo sitzt, oder nicht? Zack Zack Okay, er gibt schon Zack Wow, da kommen wir Ep Ordentlich Ep Mh, ja Apropos Ep, ich hab noch ein Level ab gehabt So Theoretisch hätten wir noch ne Quests um abgeben Das ist jetzt glaube ich bei dem... Ja komm, dann hol ich den eben Beim Klo, Fuzzi Aber wer schneller als ihr? Wenn nicht keiner blockt Mhm Ich blocke niemals Okay Es hat nicht ganz gereicht Ahhhh Um das alte Speedmammut einzuholen Hahaha So Und damit kriegen wir dann die nächsten Teil der Hauptquest Weitere Nebenquests, glaube ich... Oh, hier gibt's Moni Verdammt, wo seid ihr? Hahaha Wir sind beim Klo-Typi gewesen Beim Klo-Typi? Mhm Ne, weitere Nebenquests gibt es nicht, das heißt... Nächstes Mal machen wir tatsächlich einfach nur die Hauptquest Ne, du musst da durch das Schwarze, durch das Schwarze etwas Ich hab grad... das Schwarze bin ich grad am suchen, wo war denn das? Da, wo es schwarz ist Das... Erste... Mh 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 mh... Oben der Garage ausgesehen Und ich hol mich ab Hier, Amiga Link, hier, hier, hier... Wo bist du? Da! Ja Ja Okay, ich guck in die... ich häng fest Weil Munition wär cool Ja, kann man da kaufen Ah, da... Auch nochmal... Äh... Ein Upgrade zum... Zum... Munition tragen Oh ja, das hätt ich gern... Oh! Das wär tatsächlich noch was Hier um die Ecke Mh 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 mh... Haben wir sowieso Rockets Gibt's auch noch ne... Pumpgun... Angebot... Und andere... Quatsch Mhm Die Röver... Hotgun... Snipergewehr Sag mal, wo gibt's das... Ähm... Upgrade für die Munitionen? Äh... hier an dem... An dem... Munitions... Dingens Hier gibt's noch nen... Soldaten... Klassen... Ah ja, da... Steht's ja... Mh mh... 23 Und nochmal zwei Berserker... Und Jäger... Ja, nix will mich... Natürlich nicht... Glaub man nach 5 Millionen mal klicken muss... Ähm... Ja, wenigstens habe ich endlich mal wieder ein bisschen Geld ausgegeben... Ne, das war ja... Das ist ne... Puh... Ne... Oh... So... Dann kann ich jetzt aber auch jede Menge Scheiß mal wieder verkaufen... Ja... Theoretisch... Mh... Wann haben wir den Röcker? Ähm... Ach komm... Machen wir dat noch... T νr... T νr... Okay... Oha... sonst hab ich eigentlich nur... Schloss... äh... Schrott! Nur Schrott! Achso... ich hab jetzt gar nicht... Kann ich auch was verkaufen? Wahrscheinlich nicht... Ja, ich bin mir sicher. Verkaufen. Ja, bitte. Solange ich nicht verkaufe, was ich ausgerüstet habe, ist alles okay. Ja, und die Brandarte faktisch sowieso zu doppelt habe. Hier auch alle weg. So. Dann war es das dann soweit. Dann gehen wir jetzt einfach mal gemütlich in die Aufnahmepause. Nein. Nächstes Mal geht es munterfröhlich mit der Hauptquest endlich weiter. Hauptquests endlich. So, bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen.